Hallo, bei mir ist der Matthias von FOCUS und im nächsten Video geht es um... ...um unser neues Thron. Matthias, du hast es gerade angesprochen, es geht um die neue Serie, die Thronserie. Was haben wir hier vor uns? Klar ein Mountainbike. Welchen Einsatzbereich habt ihr das gemerkt? Wer ist der typische Thronfahrer? Das war die größte Herausforderung, zwei Welten zu vereinen. Das heißt, wir wollten auf der einen Seite ein super schickes Top-Mountainbike haben und auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass wir ein Rad für jedermann brauchen, wo natürlich auch Schutzbleche und Gepäckträger dran montiert werden sollen und dementsprechend eine komfortablere Sitzposition als zum Beispiel bei unserem Jam. Im Prinzip ist es wirklich das Jedermann-Fahrrad, um am Wochenende um den See zu fahren oder auch mal einen schönen Trail runterzufahren. Das ist nach wie vor ein schönes Mountainbike, aber etwas vielseitiger. Das Thron hat es im letzten Jahr nicht gegeben. Optisch erinnert es mich an die GM-Square-Serie mit dem Shimano-Motor. Da haben wir schon einen Punkt, der sich deutlich unterscheidet. Ihr habt euch jetzt hier für den neuen Bosch Performance CX entschieden. Warum ist das jetzt der Motor der Stunde sozusagen? Ja klar. Also gerade, man sieht es schon direkt, die kompakte Bauweise vom neuen Bosch Motor ermöglicht uns halt auch wirklich ein schönes Mountainbike, wirklich mit tollen Geometrien zu entwickeln. Und das war vorher dementsprechend nur mit dem Shimano-Motor möglich und jetzt haben wir halt Bosch im System, im Portfolio. Und ja klar, wir sind super überzeugt. Genau. Das Thron gibt es ja in sehr vielen verschiedenen Varianten. Immer als 29er mit verschiedenen Akku-Optionen, richtig? Korrekt. Also wir bieten die 500 Wh Batterie im Einstieg an und alles darüber hinaus wird mit 625 Wh ausgeliefert. Und wir haben natürlich auch eine Equipped-Variante, das heißt mit Schutzblech, Gepäckträger und Lichtset. Finde ich super interessant. Wenn du jetzt nochmal kurz zusammenfassen würdest, warum soll ich mir einen Thron kaufen und keines von der Konkurrenz? Also unser Thron ist auf jeden Fall erstmal Design, optisch ein super Hingucker. Wir haben unser eigenes patentiertes Fold-System, das heißt die Kinematik, die quasi nur wir verwenden dürfen, die halt extrem viel Traktion und Kontrolle, dementsprechend Sicherheit bietet. Und natürlich neben der optischen Geschichte fährt es sich halt wie ein schönes Mountainbike, aber man kann trotzdem eine komfortable Tour fahren. Super, vielen Dank!